Hier geht es um dich. Gut, dass du da bist. Es geht um dich, deinen Körper und dein Körpergefühl. Kann es sein, dass es Momente in deinem Leben gibt, in denen du dich in deinem Körper nicht so wohlfühlst? Indem du machst, ach, die Oberschenkel sind zu dir, ach, am Bauch zwickt irgendwas, ach, hier labbert was, ach, hier irgendwie unter dem Kinn, da fühlst du dich auch nicht so wohl. Das hat ja einen Grund, richtig? Dein Körper ist ein Ergebnis von all deinen Gewohnheiten im Leben. Und du kannst eigentlich gar nichts dafür, dass dein Körper so ist, wie er jetzt ist, sondern es sind ein paar ungünstige Gewohnheiten. Und das Gute ist, diese Gewohnheiten, die kann man verändern. Das geht leicht, du musst dabei nicht hungern, du musst keinen Ausdauersport machen und du kannst sogar abnehmen, während du schläfst. Wir vom Team B-Slim haben für dich ein kostenloses Webinar vorbereitet. Es geht so anderthalb bis zwei Stunden. Da gibt es viel, viel Mehrwert für dich, viel, viel Inhalt. Wenn dich das interessiert, wie du in nur 90 Tagen dein Körper, dein Körpergefühl vor allen Dingen, ein für allemal verändern kannst, dann melde dich bei uns auf der Homepage an. Klicke auf den Link hier, den es irgendwo um dieses Video herum gibt. Dann kommst du auf die Homepage. Dort trägst du dich ganz unten auf der Homepage mit deinem Vornamen, mit deinem Nachnamen und deiner E-Mail-Adresse ein. Dann kommst du auf eine zweite Seite. Dort kannst du dir einen Termin aussuchen, bestätigst diesen Termin, kriegst eine E-Mail von uns. Und dann weißt du, ja, du kannst kostenlos an diesem Webinar teilnehmen. Und es ist wirklich kostenlos. Du wirst das ganze Team von uns dort kennenlernen. Du wirst ein weltweit einzigartiges Konzept kennenlernen. Und es kann das, was du dort erfährst, dein Leben ein für allemal verändern in Bezug auf deinen Körper, deine Energie und das Gefühl in deinem Körper. Dazu laden wir dich ein. Ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Wie auch immer du dich entscheidest, denk dran, du bist spitze, denn du bist einzigartig. Go, 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 level up your life und mach's gut. Go, go, level up your life und mach's gut. Go, level up your life und mach's gut. Vielen Dank.